Leute, was geht? Ich bin's Melle Man. Ey, ich komm aus der Zukunft, guck so auf YouTube und seh dann folgendes. Disrespect News, Folge 510, sich da berichtet jemand über das Verschwinden eines Kindes. Das geschah an einem Abends, ich warf Slash auf die Straße. Ihm drehte durch und zuck ihm durch die Nase. Abstimmung habe schon im Grunde gewonnen, bei euch ist Cheshadar und wir die Runde der Woche. Du Momming-Mang, den erst mal hast ne Anziehungskraft, doch bei Frauen entgegen geht's die Anziehungskraft. Ey, und niemand, hat von dir mal Fortschritte miterlebt, der wie am dir da einen Ewigstein in deinem Weg gelegt. Du bleibst einer von vielen und bist hochsicher verliert. Ey, beim Geigen, welchen Spinnen stehen Phantombilder von dir. Deine Inneneinrichtung, ey, die find ich richtig spitze. Auf der einen Wand ne Blume, auf der anderen Müll und Pisse. Ey, bei dir daheim wird nicht im Scheißhaus geklagt. Jemand fragt, wo ist das Klo? Du zeigst auf den Sack. Komm doch bitte mal klar. Ey, du battest gegen die Champions League und immer wenn du kämpfen willst, denkt man, dass du da Kämpfe kriegst. Du warst tief aus dich, doch uns der Feind zu stopp, bist ne Bette ziemlich am Drang. Doch der fällt nach nem Schlag ab. Bastard, ich weiß, dass du Angst vor unserem Achtel hast. Denn du bist nur jemand, der durch Blackstrings seine Glatze hat. Wär ich ein Pirat, soll ich dein Nahtstoffe ein? Ey, wärst du ein Pirat, hättest du ein Zahnstocherbein. Aber bei dem Stuff, doch schon durch ein paar Fragen. Auf, willst du trottelgefickt werden oder warum die Kasten in Couch? Wir beide wissen, deine Mom fickt am Stichmännchen. Wie die Mutter, so der Sohn, du siehst aus wie ein Strichmännchen. Geh endlich zu dir, passt nicht der Battle Stuff. Wenn du klingst wie jemand, der beim Mädchen ein Blatt vor der Fresse hat. Oder Angst hat, seinen Nachbarn nach nem Bleifte zu fragen. Aus der Angst heraus, dieser Typ bricht dir beide Arme. Wenn ich's auf die Glasglocken von diesem Fahrsager drauf hau. Brich zu dir nen Abend, unser Cousin K-Glas tauscht aus. Fazit unserer Runde, sieg samt User-Bock. Und Disrespect kriegt offiziell News-Verbot. Ja, ja, ey, ey. Ich würd mir gern einen runterholen. Kannst du mir mal einen runterholen? Dass ich angesagt bin, muss mal angesagt werden. Wie Ansagen, die von Leuten, die ansagen, ansagen, angesagt werden. Bitch, dein Rap klingt nach... Eine Brot wird feucht wie in der Bratensauce. Ich hab die Finger an ihrer Dose, als wär ihre Dose eine Fingerfahrtendose. Bitch, das hat's in sich wie Fanta-Flaschen oder Dampfbatschlappen. Oh boy, da muss man aufpassen, ja.